Der konservative Politiker Karl Nehammer ist neuer österreichischer Bundeskanzler. Der bisherige Innenminister soll einen Schlussstrich unter die skandalumwitterte Ära von Ex-Kanzler Sebastian Kurz ziehen. Dieser gab vor kurzem seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Der gebürtige Wiener gehört zunächst mehrere Jahre dem Bundesheer an, bevor er als Kommunikationsberater arbeitet. 2017 wird er als Abgeordneter in den Nationalrat gewählt. Drei Jahre später tritt er das Amt des Innenministers an. Nehammers Aufstieg in der ÖVP und der Regierung läuft parallel zu dem von Ex-Kanzler Kurz, der ihn zum Generalsekretär macht. In seiner Amtszeit fällt der erste islamistische Anschlag in Österreich, bei dem vier Menschen getötet werden. Nehammer profiliert sich mit harten Positionen in der Migrationspolitik, er lässt Kinder abschieben und will Menschen auch nach Afghanistan bringen lassen. Damit zieht er den Unmut der Grünen auf sich, dem Koalitionspartner der Konservativen. Die zwischenzeitliche Sympathie Nehammers für die rechtspopulistische FPÖ ist inzwischen erkaltet. Schließlich gilt der Innenminister als vehementer Verfechter der Corona-Einschränkungen, ganz im Gegensatz zur Rechtsaußenpartei.